So, weiter geht's mit Star... Assassin's Creed 2. Nächster Haus, oder? Äh, wo ist denn hier der... Wo ist denn der Aufgabentyp? Auf dem Dach oder was? Äh? Bin ich blind? Ah, der ist hier oben, ne? Mach mal ab, dat Ding, Ezio. Das ist bei ihm nichts. Wo ist denn der? Ähm... Ich würde gerne eine Mission starten. Ist das hier? Oh ja, okay. So, nächste Mission. Redest du auch ab, Ake? Ach, der Ugo ist das. Das ist nicht so nötig. Ausbruch. Die Diebe befreien, die Emilio gefangen hat. Na klar. Nichts einfacher als das. Wo ist denn der erste Dieb? Das ist alles dicht beieinander, von daher ist es scheißegal, wo ich hingehe. Da nehmen wir die Nase lang. Dafür brauchen wir erst einmal ein paar Wurfmesser. So. Schwupp. Hä? Wer hat mich denn gesehen? Hat er das überlebt? Ach komm, ist doch lächerlich. Oh oh. So, wie viele sind hier? Sieht man hier Gegner? Bin ich blind? Ich sehe gar keine Gegner. Doch, da ist einer. Da ist jetzt nicht so viel. Also, ich habe mit mehr Gegenwehr gerechnet. So, Attentat. Und schwupp. Oh oh. Gut, ich habe Rauchbomben. Das ist ja kein Rang. Ey. Was soll denn das? Der schubbt hier vor oben. Stich. Stich. Nee. So, hier sieht niemand was. Raus kommen bitte. Das wären die ersten Diebe. Fehlen noch zwei. Äh, ach die soll ich jetzt... Ach so, die soll ich raus begleiten? Nein, ist ja belastend. Komme ich hier einfach so lang? Greifen die mich ein? Die wachen die, ne? Nö. Warum sollten sie auch? Hehe. Läuft doch gut. Ach, muss ich die jetzt alle zum Dach führen? Ja, das ist ein bisschen belastend. Egal. So, machen wir hier hoch. Das Ding reise ich mal ab, weil es stört mich. Schwupp. Ah, an die Mission erinnere ich mich sogar. Die waren mal ein bisschen nervig, weil das zieht sich halt. Eher man die ganzen Leute hier oben hat. Das dauert ein bisschen. Schwupp. So, kommt ihr? Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ach ja, das läuft ja wunderbar. Die schöne Fahrstuhlmusik jetzt hier. Äh, hä? Okay, die Bangen alle hoch. Cool. So. Alle überlebt. Wunderbar. Ja. Hat doch richtig gut funktioniert. Oh, oh. Boah, ui. Hier war knapp. So, wo sind die? Hier unter mir, ne? Oh, da sehe ich ein paar mehr. Das ist ein Problem. Man muss nur mal gucken. Töte zwei? Hast du zwei plötzlich gehört? Ja, nein, vielleicht. Nee, dann nicht. Ja, steht okay. Gut, dass ich Bomben habe. Das macht die Sache um einiges einfacher. Also wirklich. So. Haben wir gleich. Dreh dich mal oben. Hier ist niemand. Dreh dich mal. Dreh dich doch mal weg jetzt. Dreh, komm. Okay, sehr gut. Nummer zwei. Was geht hier? Schlag auf Schlag. Jella. Okay, ich werde krass gesucht. Ich mache das nicht so gut. Shit, okay. Müssen die ja eliminieren, ne? Bleiben mir nichts anderes übrig. Muss ich. Lebt mir jetzt leider nichts übrig. So, mach dich weg. Folgendes. Wir werden jetzt mal einen Heroic bestichen gehen. Und dann läuft das ja. So, bestichen. Sag mal, wie toll ich bin. Macht er, bestimmt. Jetzt legt er los. Kommen die? Ihr hängt da ein bisschen hinterher. Wollt ihr heute nochmal befreien, wenn du nicht? Mein Gott. Kann ich jetzt hier hoch, ja, ne? Okay, sehr gut. Dann machen wir mal ab hier. Schwupp. So, Jungs. Bisschen besser jetzt mal hochklettern, ne? Mein Gott. So. Kommen sie ran, kommen sie ran. Heute noch? Jawohl, da kommt der Erste. Wunderbar. Perfekt. So, eine Gruppe von Lieben noch. Und haben wir es doch. Ich gehe sofort und entspann dich. Ich gehe gleich. Ruhig hier. So. Immer mit der Ruhe. Na, shit. Ich komme hier, glaube ich, nicht... Oh, doch, komme ich. Jetzt schneide ich an. Oh. Passt. Nichts passiert. Passt, passt, passt. Diesmal gehen wir von unten ran. Schwupp. So. Und wo kann ich jetzt hier rein? Scheiße. Nee, machen wir anders. So, reicht schon. Hi, Putane. Ist klar. Alles klar. So. Keine Wachen hier. Oh, doch, wir sind Wachen. Scheiße. Da bin ich. Moin. Hallöchen. Überraschung. So, raus, 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 raus. Nein, was soll denn das? Etwas ist die Klinkern, ihr Schad. Macht euch weg. Okay, das ist ein Problem. Das ist geil. Das ist so ein geiler Move. So. Haben wir es? Haben wir. So, Abmarsch. Boah, ich muss da dringend nach, aber dringend... Scheiße. Die werden mich ja zuvor erkennen. Oder auch nicht. Loy. Mal kurz abmachen, bitte. Danke. Nein, hier hält mich keiner auf. Spannig. Nein, nein, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Lass mich in Ruhe. Verdammt. Och, geht doch weg. Geht weg. Ist eng hier. Die Wachen juckt das gar nicht. Ha. Ich muss dringend zum Herold. Da ist er. Bestechen. So. Ne, hier kennt mich keiner. Braucht ihr gar nicht so tun. Das war sehr knapp. Nein, hier kommt nicht keiner auf. Nein, nein, nein. Nein, warum denn? Nein, ich glaube, muss das jetzt sein? Ich atme noch. Das ist in dem Fall Frechdachse. Wirklich. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Und schwapp. So, jetzt können wir... Hallo, ich sag ein... Hallo, ähm... Ich wollte eigentlich nach links springen, ne, aber... Kein Stress jetzt hier, kein Stress. So, weg damit. Na, da kommt ihr wieder nicht hoch. Ach, mein Gott. So. Kommen sie ran, kommen sie ran. Dann haben wir es geschafft. Kommt ihr? Heute noch? Ne? Ja, vielleicht. Da kommen noch die ersten, wunderbar. Das hätten wir. Ich gefalle gerne, ja klar. Noch einen, okay. Oh Gott, ist ja so viel zu tun. Ist ja schon, äh... Sehr stressig. So, haben wir noch irgendwas hier? Die Kodex-Seite brauche ich dringend mal. Die lässt mich nicht in Ruhe. So, kann ich auf dem Dächern bleiben? Ja, ne? Ne, sollte ich eigentlich nicht. Ja, ist ja gut, Wache. Habe ich verstanden. Du willst nicht, dass ich hier lande. Ist okay. Das hat nicht wehgetan, Leute. Ah. Komm, 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 komm. Ist hier nichts drin? Da war bestimmt mal eine Seite oder so drin. Oder? Ich glaube, da war ich letztes Mal. Irgendwie so. Ne, da darf ich noch nicht hin. Och, Jungs, warum denn? Da ist der Maskenball, glaube ich, ne? Oh, yo, deswegen darf ich da nicht hin. Verstehe. Ja, scheiße. Nächste Mission ist... Da hinten. Das ist ja wunderbar, wirklich. Toll. Ganz zum Weg laufen. Was ist das hier? Das ist irgendein Kunsthändler, ne? Kann jemand was kaufen? Schatzkarten. Ne, kann ich hier Mädel kaufen. Ein bisschen Geld reinballern. Warum nicht? Da wird das, äh... Monteregioni ein bisschen mehr wert. Oder? Ja, wollte gerade sagen. Das ist 605, sogar nicht schlecht. Ähm... Darf ich da wohl dran? Ne, hä? Da muss ich wieder schwimmen gehen. Eieiei. Na, komm. Na, was denn es bei der Mision?